God save the king, save the king, have king and godless, not here and always, God save the king, God save the great king, not here and all of me. Also sowas finde ich schrecklich. Sie weiß ganz genau, was alles passieren wird. Ja, das kommt, weil ich die Erzählerin bin und deshalb habe ich auch dieses Mikrofon. Und ich, ich weiß noch gar nichts. Lass einfach die Dinge auf dich zukommen. Du bist leicht reden. Ich habe so viele Fragen. Bleib die König, werde ich jemals heiraten? Bekomme ich irgendeine Krankheit, eine Krebsgeschwöre, ein Buckel? Und sie sagt, lass einfach die Dinge auf dich zukommen. Und ich weiß noch nicht mehr, ich weiß noch nicht mehr. Vielen Dank.